Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Kasseckert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag, der hier zur Aktuellen Stunde verwendet wird, liegt nun schon einige Monate zurück, aber unbestritten ist das Thema für viele Menschen, die immer noch unter der Krise leiden, auch ein Thema heute und morgen. Deshalb kann ich nachvollziehen, dass dieser Punkt in der Aktuellen Stunde diskutiert wird, auch wenn wir vielleicht in der Analyse oder zumindest in den Vorschlägen in der Art und Weise, wie wir damit umgehen in der Bewertung dessen, was zu tun ist, vielleicht am Ende unterschiedlicher Meinung sind. Aber es lohnt sich an der Stelle deutlich zu machen, dass auch wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie wir den Menschen, die in Mietwohnungen leben, die von der Corona-Krise betroffen sind, vielleicht von Kurzarbeit betroffen sind, die selbstständig sind, von den Maßnahmen, die wir in den vergangenen Monaten getroffen haben, eventuell auch Einkommenseinbrüche zu verzeichnen hatten, die sich Sorgen machen, wie geht es weiter. Das muss uns alle beschäftigen, das beschäftigt uns alle und deshalb, glaube ich, sollten wir uns nicht nur heute hier, sondern auch im Ausschuss, der Antrag geht ja wohl in den Ausschuss, wenn ich es richtig sehe, sollten wir uns in Ruhe Zeit darüber nehmen und darüber nachzudenken. Wenn ich den Antrag lese, in den Ziffern 1 und 2, dann sind wir im Frühjahr davon ausgegangen, oder der Antragsteller ist im Frühjahr davon ausgegangen, dass das für die Mieter eine ganz schreckliche Zeit wird. Und ein Teil davon, der Wahrheit, muss man allerdings sagen, dass das nicht eingetroffen ist. Es ist nicht eingetroffen und in einigen Wortbeiträgen ist auch hier zum Vorschein gekommen, warum es so ist. Weil wir eben nicht nur auf der Vermieterseite Abzucker haben, und zwar auch bei den Privaten, nicht schon gar nicht bei den Öffentlichen, aber auch bei den Privaten haben wir nicht nur Abzucker, sondern da haben wir im überwiegenden Teil, und es sind auch im überwiegenden Teil private Vermieter, auch kleinere Vermieter, die eine Verantwortung dafür haben, für die Mieter, die sie haben und im Gespräch zu Lösungen gefunden haben, die beiden Seiten gedient haben. Wir hatten im Frühjahr ja den Beschluss des Bundestages oder der Bundesregierung, dass eben auch die Mieten gestundet werden konnten, nicht nur die Mieten, sondern auch die Nebenkosten zum Teil, also Wasser, Gas etc. Was dazu geführte, dass das irgendwann nachgeholt werden muss? Natürlich, das ist kein Entfall, aber es hat einen guten Grund, warum wir eben nicht beschließen können, dass wir sagen, wir lassen die Mieten wegfallen oder wir verzichten auf die Nebenkosten, weil wir damit natürlich auf der einen Seite ein Problem vielleicht lösen würden oder einer Zielgruppe helfen würden, aber auf der anderen Seite eine Reihe von neuen Problemen entstehen würde. Und auch das muss man sagen, wir sind bisher, was die Immobilienwirtschaft betrifft, ja relativ schadlos durch diese Krise gekommen, relativ. Wenn wir aber mit Maßnahmen, die wir hier beschließen, hier oder im Deutschen Bundestag beschließen, dass der Immobilienbereich ebenfalls in Schieflage gerät, dann wird das zu Domino-Effekten führen bis hin zur Finanzwirtschaft, die bisher ebenfalls noch relativ stabil und einer der stabilen Branchen ist, die bisher schadlos durch diese Krise gekommen sind. Deshalb, glaube ich, muss man bei aller Betrachtung, bei aller Notwendigkeit und bei allem Verständnis für diese Themen, die wir hier aufgerissen haben, aber auch immer das Ende betrachten. Und wenn ich auf der nächsten Seite des Antrags sehe, und auch das war in den Worten von Frau Barth ja zu hören, dass wir dann als Antwort geben, das, was wir in den letzten zwei oder drei Jahren hier diskutieren zum Thema Wohnungsbau, nämlich den Mietendeckel oder den Mietenstopp, also alles Maßnahmen, die Sie in jeder Diskussion hier einbringen, die jetzt nicht Corona-spezifisch irgendwie einen Lösungsbeitrag bieten, und an der Stelle muss man deutlich sagen, das wäre kontraproduktiv. Denn in einem Punkt sind wir uns doch einig, glaube ich, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen, insbesondere im Ballungsraum. Wir haben vorgestern den Haushalt diskutiert. Wir haben gestern Abend zum Wohnungsbau ebenfalls ein Gesetz beschlossen. Wir haben deutlich mehr Mittel, wir haben die Richtlinie für den sozialen Wohnungsbau geändert, also vereinfacht. Wir haben das Bauen vereinfacht. Wir haben deutlich mehr Mittel dafür zur Verfügung gestellt, insgesamt 2,2 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode. Also alles Maßnahmen, mit denen wir einen Impuls setzen wollen, damit gebaut wird. Und wenn wir diesen Impuls, diese Möglichkeiten, die wir jetzt geschaffen haben, damit sozusagen konterkarieren, indem wir sagen, aber ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr baut, dass wir auch die Idee und die Vorstellung eines Mietenstopps oder eines Mietendeckels oder gar, was wir bei unseren Öffentlichen, das steht zumindest in dem Antrag hier drin, bei den Öffentlichen dann erwarten sollten, dass sie die Mieten senken. Also meine Damen und Herren, wer, das frage ich mich, wer soll dann noch darauf vertrauen können, dass er sagt, ich werde in den Wohnungsbau investieren, ich werde in den sozialen Wohnungsbau, in den bezahlbaren Wohnungsbau investieren, wenn ich auf der anderen Seite die Sorge haben muss, dass die Bedingungen und die Spielregeln, zu denen ich begonnen habe, am Ende vom Staat verändert werden und die Zeche, in Anführungszeichen, die Zeche auf der Vermieterseite liegt. Das, meine Damen und Herren, das wird nicht zum Erfolg führen. Ich glaube, dass wir ernsthaft im Auge haben müssen, wie entwickeln sich die Situation. Wir haben im Übrigen, das sind keine alten Zahlen, ich habe vom Mieterbund Darmstadt und auch vom Eigentümerverband in Darmstadt Ende Oktober, auch von den Hauseigentümerverbänden, Ende Oktober noch die Information, das ist noch nicht so lange her, dass deutlich weniger oder kaum spürbar die Mietenrückstände entstanden sind. Wir hatten letzte Woche Nassauische Heimstätte, auch da wurde ein Prozentsatz, ein minimalster Prozentsatz genannt, genau, Sie waren ja dabei, minimalster Prozentsatz genannt, also auch die Mieter ihrerseits sind bestrebt und haben ein Interesse daran, ihren Verpflichtungen nachzukommen und dort, wo es klemmt, dort, wo es klemmt, da ist bisher es in den allermeisten Fällen gelungen, Lösungen zu finden und darauf sollten wir auch setzen. Wir sollten das Problem nicht vergrößern, im Gegenteil, wir sollten mehr Wohnraum schaffen, an diesem Ziel müssen wir festhalten. Wir sollten diejenigen, die bereit sind zu investieren, auch weiterhin bei der Stange halten und motivieren und wir sollten, und das kann ich an der Stelle auch der Diskussion vorgreifend sagen, jeder Diskussion von Mietenstopp oder gar Mietendeckel eine klare Absage erteilen. Das ist für uns ein kontraproduktives Instrument, das man mit uns sicherlich nicht diskutieren kann in dieser Frage. Insofern, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, wir werden das Thema im Ausschuss, wir werden das, ich glaube kaum, da müssen Sie schon viel Überzeugungsarbeit noch leisten, Ich komme zum Schluss und ich will deutlich machen, dass wir das Thema ernst nehmen, dass wir die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Wir diskutieren seit Monaten, Michael Boddenberg und die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsbank diskutieren seit Monaten über die verschiedensten Betroffenheiten. Wir könnten ja genauso gut darüber nachdenken, dass wir sagen, was weiß ich, den Einzelhandel. In diesen Tagen ist der Einzelhandel schwer getroffen, weil wir wollen, dass die Menschen zu Hause bleiben, dass die Kontakte beschränkt werden, haben den Einzelhandel offen gehalten und die Menschen halten sich im überwiegenden Teil daran, mit der Folge, dass der Einzelhandel in den November- und Dezembermonaten und in starken Monaten vor Weihnachten davon massiv getroffen ist. Er ist bisher von den Maßnahmen der Bundesregierung, von den Unterstützungsprogrammen der Bundesregierung bisher, zumindest aktuell, unberücksichtigt. Das heißt, wir werden eine Reihe von Betroffenheiten noch haben, je länger diese Krise dauert. Deshalb sollten wir bei jeder dieser Maßnahmen genau darüber nachdenken, bedenke das Ende. Es ist nicht so, dass wir hier an einer Stelle sagen können, da machen wir was für die Mieter und damit ist das Problem gelöst, denn hier würde, in dem Fall habe ich es angedeutet, eine Reihe von Domino-Effekten entstehen. Die wollen wir nicht, aber wir wollen auf der anderen Seite auch einen offenen, einen fairen Dialog darüber haben und den Menschen ein Zeichen geben, dass wir sie nicht alleine lassen. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. Tarek, willst du? Du darfst, wenn du willst. Für die Landesregierung erteile ich dann Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns jetzt, glaube ich, noch nicht das letzte Mal, aber mindestens das zweite Mal ausführlich mit Fragen von Wohnraum in dieser Plenarwoche beschäftigt. Sie wissen, dass sich auch die Landesregierung sehr intensiv mit der Frage nach bezahlbarem Wohnraum beschäftigt und natürlich auch mit der Frage, wie Mieten stabil gehalten werden können und wie wir dafür sorgen können, dass Menschen entsprechend Wohnraum finden. Aber ich will Ihnen an dieser Stelle sagen, ich wundere mich ein wenig über diesen Antrag. Erstens wundere ich mich, dass sozusagen die Krise so dringend ist, dass er quasi von Juni bis Dezember gebraucht hat, bis er zum Setzpunkt gemacht wurde. Und zweitens muss ich Ihnen sagen, er hat einfach mit der realen Situation wenig zu tun. Er hat mit der realen Situation wenig zu tun. Weil glücklicherweise haben wir bisher keine großen Probleme, was die Frage von Mietschulden durch die Corona-Pandemie angeht. Weil wir nämlich funktionierende Sozialversicherungssysteme haben. Das will ich Ihnen an dieser Stelle mal sagen. Das Kurzarbeitergeld ist ja deutlich verlängert worden. Und es ist sogar noch einmal im Gesetz so verändert worden, dass es mit der Dauer des Bezugs steigt. Das ist ja eigentlich ganz anders, als man normalerweise Sozialleistungen konzipiert. Und dementsprechend haben wir schlicht und einfach in der Realität, beschreiben Sie ein Problem, was es so nicht gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen glaube ich, können wir dann gerne noch einmal vertieft, ich kann Ihnen das alles einzeln im Ausschuss erzählen und erklären. Sie können auch bei kommunalen Wohnungsbaugesellschaften nachfragen. Das ist überall dasselbe Bild. Wir haben im Oktober die Allianz für Wohnen gehabt. Wir haben dort den Verband der Wohnungswirtschaft gehabt. Wir haben dort Haus und Grund gehabt. Wir haben ausdrücklich gefragt, gibt es Mietausfälle, gibt es nennenswerte Mietausfälle aufgrund der Corona-Pandemie? Die Antwort war fast überall Nein. Bei der Nassauischen Heimstätte betragen die Mietausfälle aufgrund der Corona-Pandemie 0,2 % der gesamten Mieteinnahmen. Das bedeutet im Umkehrschluss 99,8 % der Mieterinnen und Mieter zahlen ihre Miete. Wir haben seit dem Auslaufen des bundesweiten Kündigungsmoratoriums zum 30. Juni bei der Nassauischen Heimstätte, die 60.000 Wohnungen hat, in 14 Fällen Rückstände, wo gesagt wird, liegt an der Corona-Pandemie. Um jeden Einzelnen dieser Fälle kümmert sich das Mietschuldenmanagement der Nassauischen Heimstätte. Aber wenn Sie 60.000 Wohnungen haben und bei 14 Mieterinnen und Mietern Probleme haben, die Sie auf die Corona-Pandemie zurückführen, dann versuchen Sie, ein Problem zu lösen, das jedenfalls so momentan glücklicherweise nicht existiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da können wir uns darüber freuen, aber das zeigt, dass Sie eigentlich an dieser Stelle Ihre Anträge stellen, die Sie halt immer stellen. Aber wenn Sie am Ende des Tages versuchen, ein Problem zu lösen, was es gar nicht gibt, wird es keine großen Auswirkungen haben in der öffentlichen Darstellung. Ich habe zweitens die Frage ganz banal, die auch angesprochen wurde, Stichwort Mieterhöhungen in der Zukunft. Und ich will das mal ausdrücklich sagen, weil Sie auch ganz besonders die mehrheitlich landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ansprechen. Die Nassauische Heimstätte hat eine Mietenstrategie, die sagt, dass die Hälfte der Mieterinnen und Mieter, nämlich diejenigen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung, entweder früher hätte man gesagt, erster oder zweiter Förderweg, jetzt sagt man geringe oder mittlere Einkommen, haben, dass diese, egal ob sie nun in einer solchen geförderten Wohnung leben oder nicht, allerhöchstens ein Prozent Mieterhöhung bekommen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die andere Hälfte in den Einkommensgrenzen drüber ist. Und das bedeutet, dass Sie, wenn Sie sagen, die sollen auch keine Mieterhöhungen mehr bekommen, das ist das Problem bei diesen Forderungen generell, dass natürlich dieses Geld dann auch fehlt in der Zukunft. Und das bedeutet, dieses Geld verjubelt die Nassauische Heimstätte ja nicht, sondern jedes Geld, das eingenommen wird, wird wieder investiert in die Schaffung von neuen, bezahlbaren Wohnungen. Dann sagen Sie auch, dass das eben auf der anderen Seite, auf der Einnahmeseite, auch ein Problem hervorrufen könnte. Und da, finde ich, an dieser Stelle müssten Sie sich überlegen, ob das, was Sie eigentlich jetzt hier fordern, langfristig für die Leute, die nicht so viel Geld haben, die darauf angewiesen sind, dass es bezahlbare Wohnungen gibt, eigentlich positiv oder negativ ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich glaube, es wäre am Ende negativ. Und deswegen... Dritter Punkt, der bisher nur von Frau Förster-Heldmann angesprochen wurde, der offensichtlich gar nicht wahrgenommen wird, bei SPD und LINKEN, das Wohngeld ist erhöht worden im Jahr 2020. Das Wohngeld ist erhöht worden im Jahr 2020. Das können Sie übrigens auch im Landeshaushalt sehen. Wir geben da mehr aus. Und es ist am Ende auch in den Einkommensgrenzen verändert worden. Das heißt unterm Strich für einen Zwei-Personen-Haushalt eine Erhöhung des Wohngeldes um 30 %. Das bedeutet, unser Sozialstaat funktioniert. Sozusagen Kurzarbeitergeld funktioniert, Arbeitslosengeld funktioniert, Wohngeld wurde erhöht mit allem, was dazugehört. Jetzt sage ich Ihnen an dieser Stelle, warum. Und beispielsweise bei der Nassauischen Heimstätte wohnen über die Hälfte der Leute, die über den Einkommensgrenzen sind. Warum sollte man an dieser Stelle auf Mieterhöhungen verzichten, wenn man diese Mieterhöhungen wieder in neue Wohnungen investiert? Diese Frage müssen Sie beantworten. Wenn Sie es zulassen, bitte. Ja, nicht, dass der Herr Bellino wieder schimpft, dass ich die Zeit überziehe. Alles gut, bitte. Ich schimpfe nie, ich stelle es nur fest. Alles gut, bitte. Vielen Dank, Herr Minister. Sie haben gerade zu Recht auf das Wohngeld hingewiesen. Glauben Sie denn tatsächlich, dass so wie das Wohngeld ausgezahlt wird mit dem Vorlauf? Sie haben recht, das Wohngeld ist erhöht worden und es wäre auch ein Instrument, wenn es unbürokratisch und schnell gehen würde. Halten Sie das wirklich für das geeignete Mittel, in so einer Situation wie der Corona-Krise darauf zu verweisen? Nein, für diejenigen, die jetzt ganz akut ein Problem haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verloren haben oder was auch immer, da hilft kein Wohngeld. Aber genau für diese Leute gibt es ja die Mietschuldnerberatung an dieser Stelle, beispielsweise bei der Nassauischen Heimstätte, und da findet man individuelle Lösungen. Aber generell dann zu sagen, dass man auf jede Mieterhöhung verzichtet, wenn nur 0,2 % der Leute ein Problem haben, das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Jetzt will ich an dieser Stelle einen letzten Punkt sagen, der mir wichtig ist. Erstens, Stichwort Verweis auf die Aktivitäten des Frankfurter Oberbürgermeisters, da zitiere ich jetzt mal mit Freude die Frankfurter Rundschau, wo ja die Frankfurter Stadtredaktion jetzt nicht unbedingt bisher durch kritische Fragen in Richtung Frankfurter SPD aufgefallen ist. Aber der Herr Leppert hat am Samstag einen schönen Kommentar geschrieben in der FR. Der hat genau zu diesem Thema gesagt, einmal mehr kümmert sich Feldmann nicht darum, was die Haltung der Stadt Frankfurt ist, die durch Beschlüsse im Stadtparlament und Magistrat zum Ausdruck kommt. Er entscheidet einfach im Alleingang, es sei eine gute Sache, eine Petition für einen Mietenstopp zu unterstützen und sagt, er sei schließlich der direkt gewählte Oberbürgermeister. Die Stadt bin ich, so regiert der Sonnenkönig. Ich will mir jetzt nur einmal vorstellen, dass ich auch nur die Hälfte von dem machen würde, was der Frankfurter Oberbürgermeister macht und was die SPD-Landtagsfraktion dann über mich sagen würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insofern bitte, bitte an dieser Stelle Vorsicht. Ich weiß nicht, ob das Ganze so gut funktionieren wird. Aber ich will jetzt Herrn Feldmann einmal ausdrücklich in Schutz nehmen. Doch, der Herr Feldmann ist in manchen Themenfällen realistischer und mehr an der Sache interessiert als die SPD-Landtagsfraktion. Weil wir nämlich letzte Woche Aufsichtsrat der Nassauischen Heimstätte hatten und die Frankfurter, die ja Minderheitsgesellschaftler sind, haben der Erhöhung des Eigenkapitals der Nassauischen Heimstätte ausdrücklich zugestimmt. Weil Sie gesagt haben, es macht Sinn, wenn wir einerseits ein Konjunkturprogramm machen wollen und die Konjunktur ankurbeln, Aufträge für das regionale Handwerk, zweitens eine Klimakrise haben, den Wohnungsbestand klimaneutral machen wollen, dann müssen wir investieren. Wir wollen aber drittens nicht die 8 % ausschöpfen, die man nach Gesetz, nach Modernisierung auf die Miete umlegen können, sondern wollen das auf 3 % begrenzen. Das bedeutet, dass man dann zusätzliches Geld reingeben muss. Wissen Sie, wer dagegen gestimmt hat? Die SPD-Landtagsfraktion im Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags. An diesen Stellen verstehe ich es einfach nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, wo vorne, hinten und links und rechts ist. Wie viele Jahrzehnte haben wir über öffentliche Wohnungsbaugesellschaften gestritten? Wie sehr haben Sie darum gekämpft, dass man die stärkt? Das Land Hessen investiert 200 Millionen €, um das Eigentum des Landes an einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft zu vergrößern. Die SPD-Landtagsfraktion stimmt dagegen. Ich verstehe es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich erbitte jetzt Ende. Jetzt dazu. Deswegen können wir gerne im Ausschuss noch einmal vertieft diskutieren. Ich kann Ihnen sagen, die Nassauische Heimstätte ist eine tolle Tochter. Ich kann Ihnen auch sagen, solange ich Aufsichtsratsvorsitzender bin, steht NH für Nassauische Heimstätte und nicht für Neue Heimat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wegen des Geplänkels will ich jetzt einmal die etwas überzogene Zeit nicht ins Protokoll diktieren. Darf Herr Schalauske das Wort geben? Er hat eine zweite Runde begonnen. Herr Staatsminister, das wird dann länger. Jetzt ist halb zwei. Das könnte noch später werden. Sie haben das Wort, Herr Schalauske. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich stelle einen interessanten Unterschied in den Argumentationen fest. Während Herr Kassecker von der CDU-Fraktion gesagt hat, es wundere ich nicht, dass wir über diesen Antrag diskutieren, es sei ein Thema, darüber kann man in der jetzigen Situation debattieren, auch wenn man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, wie die Probleme zu lösen sind, sagt der grüne zuständige Staatsminister, das Problem würde überhaupt nicht existieren. Er verstehe gar nicht, warum wir heute darüber reden. Man könnte den Eindruck bekommen, die CDU-Landtagsfraktion ist näher an den Sorgen und Nöten der Mieterinnen und Mieter als der grüne Wohnungsminister, und das ist ein Armutszeugnis für den zuständigen Minister. Herr Staatsminister, haben Sie gesagt, warum sollten öffentliche Wohnungsbaugesellschaften eigentlich auf Mieterhöhungen verzichten? Ich will Ihnen das ganz klar und ganz deutlich sagen, warum. Weil Menschen im Moment in existenziellen Sorgen und Nöten stecken, weil wir eine dramatische Ausweitung von Kurzarbeit haben, weil eine Insolvenzwelle droht, weil viele Menschen nicht wissen, ob sie ihrer Arbeit noch in wenigen Wochen oder Monaten nachgehen können, und weil das insbesondere Geringverdiener betrifft. Deswegen ist es doch für eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft, die sicherstellen soll, dass breite Teile der Bevölkerung guten Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben, sollte es doch eine Selbstverständlichkeit sein, in einer solch dramatischen Krise auf Mieterhöhungen zu verzichten. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht überzeugend, Mieterhöhungen gegen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auszuspielen. Sie sagen ja, sie brauchen die Mieterhöhungen, um dann in öffentlichen Wohnungsbau zu investieren. Ich sage einmal, wenn es die letzten Jahrzehnte substanziellere Förderungen für bezahlbare Wohnungen, für die soziale Wohnraumförderung gegeben hätte, die sozusagen von der öffentlichen Hand organisiert worden wären, und man hätte es nicht auf die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften abgewälzt, die dann auch noch die Gemeinnützigkeit entzogen wurde und unter betriebswirtschaftliche Aspekte gepackt wurde. Wenn man also die soziale Wohnraumförderung sehr viel intensiver betrieben hätte, dann könnte man auch mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und bräuchte dann nicht die Mieterhöhung von Menschen, die eben häufig nur ein geringes oder ein mittleres Einkommen haben. Und dann ist es ja schön und gut, Frau Förster-Heldmann, wenn es Beratungssysteme gibt von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, die Mieterinnen und Mietern in Not helfen. Das ist doch auch das Mindeste, was es geben sollte. Nur das alleine reicht eben in einer solchen Situation nicht und rechtfertigt am Ende auch nicht, dass man dann ja doch irgendwie zu Mieterhöhungen kommt, und Sie zumindest sind die Antwort schuldig geblieben. Ob Sie denn nun eigentlich die Mieterhöhung bei der Nassauischen Heimstätte befürworten, wir tun das jedenfalls nicht. Herr Kollege Lenders, Sie haben gesagt, na ja, ist denn das, was SPD und LINKE hier auch an Argumenten vortragen, sei das denn jetzt eine groß angelegte Kritik an öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften? Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, nein, das ist es nicht. Wir gucken uns das im Einzelfall an. Da will ich daran erinnern, dass wir hier im Hessischen Landtag auch über die Praxis der GWH miteinander offensiv diskutiert haben und auch gestritten haben. Wir haben festgestellt, dass es viele Beschwerden gibt von Mieterinnen und Mietern in Wiesbaden, in Marburg, auch in Frankfurt am Main über Mieterhöhungen, über Modernisierungskosten, die insbesondere Menschen mit geringem Einkommen treffen. Da müssen wir doch als Hessischer Landtag Position beziehen und unsere Vertreter in diesen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften auffordern, dass sie sich da für eine sozialere Mietenpolitik und Modernisierungspolitik einsetzen. Abschließend. Es ist gesagt worden – ich komme jetzt zum Schluss –, es ist gesagt worden, warum bringen Sie jetzt erst den Antrag hier in den Landtag, und wie ist denn das überhaupt mit dem Problem? Ich will Ihnen sagen, warum es wichtig ist, dass wir jetzt über das Problem diskutieren, weil viele Mieterinnen und Mieter haben in den letzten Monaten alles getan und haben an allen anderen Ausgaben geknapst, um die Miete noch zu beraten. Die Miete ist das Letzte von dem, woran man sozusagen spart, weil man weiß, sie ist existenzsichernd, man muss sie bezahlen, damit man die Wohnung nicht verliert. Deswegen laufen wir jetzt in dieser Situation dramatisch auf eine dramatische Welle zu, weil nämlich viele Mieter ihre Ersparnisse aufgebraucht haben. Das ist das Ergebnis auch der Beratungsgespräche. Das ist das, was Mieterverbände quasi rückmelden. Deswegen reden wir jetzt über die Situation, über das, was da droht an einer Welle. Da muss politisch gehandelt werden, auch hier vom Hessischen Landtag und der Landesregierung. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Es hat sich noch einmal zu diesem Tagesordnungspunkt die Kollegin Barth für die SPD gemeldet. Auch Sie haben, liebe Kollegin, nunmehr das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, noch einmal zu dem Punkt, weshalb die SPD der Eigenkapitalerhöhung nicht zugestimmt hat, noch einmal wirklich ganz deutlich für das Protokoll. Es geht lediglich darum, dass wir nicht möchten, dass dieses Geld, weil wir es eben nicht für richtig halten, aus dem Schattenhaushalt genommen wird. Das ist der einzige Punkt. Es wäre schön, wenn Sie diese Tatsache nicht ständig ignorieren würden. Bevor wir unseren Antrag gestellt haben, der jetzt auch im Wirtschaftsausschuss nach dem Sicherwohnfonds behandelt wird, habe ich sehr wohl mit dem Mieterverein gesprochen, mit mehreren Mietervereinen, und habe gefragt, warum die Stundungen nicht in Anspruch genommen wurden. Da ist genau das mir geantwortet worden, was ich auch vorhin ausgeführt habe. Viele Menschen haben eben, weil sie wussten, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, haben sie eben doch noch versucht, ihre Miete zu zahlen. Sie wussten, am Ende müssten sie es ja doch. Jetzt sind aber eben die Ersparnisse aufgebraucht. Deshalb wird es jetzt sehr viel schwerer. Ich will Ihnen vielleicht auch noch einmal ein paar Zahlen sagen, Herr Al-Wazir. 1.000 Menschen werden an der Messe vermutlich die nächste Zeit ihre Arbeit verlieren, 4.000 Menschen am Flughafen, 29.000 Stellen werden bei der Lufthansa ausgebraucht. Glauben Sie allen Ernstes, dass das keine Auswirkungen hat, wenn ein Stellenabbau in einem solchen Ausmaß jetzt wirklich in der nächsten Zeit vor uns steht. Es ist auch so, dass die Nassauische Heimstätte, ihre tolle Tochter, nur bei Menschen, die im Hilfebezug sind, die Mieten 1 % erhöht. Ich weiß, dass die auch sonst nicht besonders viel erhöhen. Aber diese Menschen, über die wir hier sprechen, mit normalen Jobs, die jetzt nicht auf Sozialhilfe normalerweise angewiesen sind, sind Menschen, die jetzt existenzielle Sorgen haben, die sonst an sich zurechtkommen, einigermaßen. Aber wenn mir jetzt plötzlich wegen Kurzarbeit ein Viertel meines Gehalts fehlt, und Sie wissen, dass man in Frankfurt, hier im Rhein-Main-Gebiet, häufig mehr als das, was wir sonst für normal erachten würden, ein Drittel seines Gehalts für die Miete aufwenden muss, dann ist dieses Viertel existenziell. Dann kann man das vielleicht noch einmal ein halbes oder ein Dreivierteljahr überbrücken, aber irgendwann geht es eben nicht mehr. Deswegen glauben wir, dass es jetzt sehr wohl angebracht ist, über besondere Hilfeleistungen zu sprechen. Was die Mieterhöhungen bei der NH anbelangt, noch einmal einen Punkt. Private Vermieter, das hat eben Herr Lenders gesagt, sind für mich in der Regel die wirklichen Fairvermieter, weil man da sehr häufig die Situation hat, dass wirklich über Jahre die Miete überhaupt nicht erhöht wird, weil die nämlich froh sind, wenn sie Mieter drin haben, die ordentlich sind, wo die Miete immer pünktlich reinkommt, die vielleicht auch die eine oder andere Reparatur selbst übernehmen. Diese privaten Vermieter kommen zurecht ohne Mieterhöhungen. Warum? Wenn private Vermieter über Jahre ohne Mieterhöhungen zurechtkommen, führt das gleich zu einem Liquiditätsengpass, und dann kann man nichts mehr sanieren und dann kann man nichts mehr modernisieren, wenn man von der NH einmal verlangt, in den Zeiten einer Pandemie ein Jahr. Sie haben jetzt ein halbes oder ein Dreivierteljahr auf Mieterhöhungen verzichtet. Da wird es doch einmal möglich sein, bis die Sache hier ausgestanden ist, sprich hoffen wir einmal, nächstes Jahr im Sommer und nicht gleich jetzt im Januar schon wieder Mieterhöhungen durchzudrücken. Die Leute zahlen doch Mieten, aber es muss doch nicht erhöht werden. Das ist der Punkt, den wir gerne noch hinzufügen möchten. Danke. Es steht Ihnen zu, Herr Staatsminister. Die Hessische Verfassung lässt das zu. Wir haben jetzt bis halb zwei, Herr Staatsminister. Entschuldigung, ich muss Ihnen an dieser Stelle noch einmal eine Minute, nur, dass wir einmal wissen, worüber wir reden. Die durchschnittlichen Mieten der Nassauischen Heimstätte für nicht gebundenen Wohnraum, nicht gebundenen, frei vermieteten, sozusagen nicht gebundenen Wohnraum in der Stadt Frankfurt ist 7,24 €. Im Durchschnitt hat die Nassauische Heimstätte über alle Wohnungen über das ganze Land eine durchschnittliche Miete von unter 6 €. Wir sagen nicht nur die im Hilfebezug, sondern alle, die Anspruch auf eine geförderte Wohnung hätten, egal, ob sie in einer wohnen oder nicht – das sind die Hälfte der Mieterinnen und Mieter der NH – höchstens 1 %. Jetzt rechnen Sie einmal 1 % von 7 € aus, und dann überlegen Sie wirklich, ob wir nicht an dieser Stelle einen Kampf an der falschen Stelle führen. Ich kann Ihnen sagen, warum ich aber sage, dass dieses 1 % am Ende auch kommt. Denn das Land Hessen als Mutter gibt 200 Millionen € zusätzlich hinein. Wir haben schon zusätzlich 200 Millionen € Eigenkapital hineingegeben für neue Wohnungen. Die Nassauische Heimstätte hat ein ehrgeiziges Neubauprogramm, damit wir die Wohnungsnot bekämpfen. Das muss auch ökonomisch finanziert sein. So ganz nebenbei – nur einmal schöne Grüße an die Stadt Frankfurt – die Wohnungen der Nassauischen Heimstätte in Frankfurt sind im Schnitt günstiger als die der ABG. Vielen Dank. Herr Staatsminister, da mir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, ist der Antrag Tagesordnungspunkt 44 hiermit erörtert. und wir überweisen ihn in den WVA. Machen wir das gemeinsam so? Vielen Dank. Dann ist das so für das Protokoll auch notiert. Wir sehen uns eben auch auf der Tat. Noch einmal bis dahinter. Ähnlich ist das mal musste. Wir sehen uns beim Legg. Wir sehen uns jetzt, wir sehen uns doch nicht weiter.